Hallo meine Lieben, schön, dass ihr zu mir geführt worden seid und schön, dass ihr mich gefunden habt. Für alle, die mich heute das erste Mal sehen, ich verbinde mich mit Seelen, das heißt, wenn du Fragen an deinen Seelenpartner hast oder an deine Seele oder an die Seele deiner Kinder, Eltern, Arbeitskollegen, Chef, Freunde, Nachbarn, Eltern oder auch wenn du eine Sucht hast oder körperliche Symptome, auch da kann man die Seele befragen, was will mir die Krankheit sagen, auch damit kann ich mich verbinden. Wenn ihr mehr über meinen Lebensweg wissen möchtet, was ich für Süchte hatte, dass ich mich befreit habe, wie der Lebensweg mit mir und mit dem Kahl war, die ganzen On-Off-Geschichten und wir sind ja zusammen seit zwei Jahren, könnt ihr euch gerne das Video, das ich unten verlinkt habe, beziehungsweise ich bin noch nicht sicher, ich mache jetzt das Video und weiß noch nicht, ob das geht, also ob ich oben, ob das jetzt oben sich zeigt, dass ihr da draufklicken könnt oder ob ihr unter meinem YouTube-Video, meinen Lebensweg, das Video einfach anklicken könnt. Da gibt es weitere Details über meine Lebensgeschichte mit Krankheiten, was ich hatte, Geschichte mit dem Kahl, On-Off und, und, und. Schaut einfach unten rein oder klickt da oben an. Ich weiß noch nicht, ob meine Freundin dazu kommt, mir das so einzustellen. Ich weiß, ich weiß nicht, wie das geht, deswegen schaut unten rein oder wenn ihr es jetzt oben seht, klickt oben dran. Ja, so meine Lieben, ja, die, die mich schon kennen, ihr merkt jetzt schon selber, dass das jetzt gerade neu ist, was ich sage. Ich möchte den Vorspann in Zukunft nicht mehr erwähnen, eben nur so kurz wie jetzt gerade eben, gerade für die Neuen. Und ansonsten habe ich eben unten dieses Video, wo eben mein Leben so in groben Zügen, mein Lebensweg drin steht, berichtet. Ja, dass die Neuen einfach ein Gefühl dafür bekommen. Bei mir ändert sich auch sehr viel, was jetzt diese ganze YouTube-Geschichte angeht. Ich mache mir in letzter Zeit immer mehr Gedanken, was ich noch ändern und verbessern kann. Und mir fällt auf, ich bekomme seit langem, eigentlich schon immer, aber es wird immer mehr von Kunden oder auch von Neuen, die mir einfach per WhatsApp schreiben oder in den Kommentaren schreiben, Sabine, Michelle, wie hast du das und das gemacht oder wie kann ich mit dem und dem umgehen oder kannst du mir helfen da und da und da und da und da und da und da. Ich habe das ja immer mal wieder gemacht und zwischendurch mache ich es ja auch noch, aber ich merke, ich habe die Zeit nicht. Es ist ja auch meine Energie, was ich zusätzlich noch investiere. Und ich habe die Zeit nicht, ich habe die Kraft nicht. Und wenn auch viele sagen, du kannst ja mal ein Video drüber machen. Ja, aber bis ich das Video mache, das kann ein halbes Jahr gehen, kann ein Jahr gehen, weil ich ja so viel anderes habe. Ich kann dem nicht gerecht werden. Und deswegen habe ich jetzt ein neues Projekt. Ich werde eine Mitgliedschaft anbieten für 9,90 Euro im Monat. Und zwar möchte ich dann gerne die, die Mitglied werden bei mir. Ich werde einmal in der Woche live sein. Der Karl wird auch dabei sein, wo ich Fragen beantworte, die ihr mir stellen könnt. Ja, die in der Mitgliedschaft sind. Ich bin noch am überlegen, welcher Tag das ist. Ob das Donnerstagabend 20 Uhr ist, wo ich einmal in der Woche das anbiete, wo ihr die Fragen stellen könnt. Oder ob es Montagabend ist, muss ich mal schauen. Dann habe ich noch zusätzlich vor, weil wenn das ungefähr eine Stunde geht, kann ich ja nicht alle Fragen wiederum da beantworten. Aber ich weiß, dass viele Fragen, die ihr sowieso habt, dass einige, denen ich das beantworte, ihr das ja auch beantwortet bekommt. Und ich habe dann zusätzlich noch vor, die, wo Mitglieder sind, einmal in der Woche zusätzlich ein Video zu machen, dass ich dann rauslese, was die meisten Fragen waren, welche Frage so die Hauptfrage ist. Und werde da zusätzlich noch zusätzlich intensiv darauf eingehen. Und eben für die Mitglieder nochmal ein zusätzliches Video machen, um das zu beantworten. So habe ich das jetzt mal vor zu planen. Das heißt, diese Videos, was in der Regel immer Dienstag und Freitags gekommen sind, wird nur noch einmal in der Woche da sein. Ja, ich habe vor, in der Mitgliedschaft tiefer, auch mehr, noch tiefer über mich zu berichten. Also ich muss gucken, das ist jetzt ein Anfang. Also der Anfang ist wirklich so. Ich muss auch gucken, wie das läuft, wie das startet, wie das bei euch ankommt. Und da wird sich dann mit der Zeit wieder was ändern, dass ich vielleicht merke, boah, die Resonanz ist da und da sehr groß. Vielleicht macht dann Karl zusätzlich noch eins in der Woche ein Video. Keine Ahnung, ich muss gucken, dass ihr die Fragen, die ihr an Karl habt, auch beantworten könnt. Ich muss schauen, wie sich das entwickelt. Ich merke einfach nur, dass ich das in meiner Zeit alles nicht mehr reinbekomme. Deswegen die Mitgliedschaft, ihr seid herzlich, ja, ihr könnt euch gerne da unter meinem YouTube-Video, könnt ihr gerne schauen. Da ist es genau, müsst ihr einfach auf das Mitgliedschaft gehen und da werdet ihr geführt, wie das geht. Auch viele Kunden haben mich darauf hingewiesen, haben gesagt, Sabine, wieso machst du das nicht? Mittlerweile macht das ja fast jeder auf YouTube. Mach du das doch auch. Und so ist das alles gereift. Ich möchte euch gerechter, gezielter mitnehmen oder eure Bedürfnisse beantworten, eure Fragen beantworten. Und ich kann das so auf dem YouTube, was ich zweimal in der Woche mache, da sind so viele Themen, ich kann das nicht reinpacken. Wisst ihr, so ein Video zu machen und dann hochzuladen, um das alles vorzubereiten, da geht für ein Video knapp anderthalb Stunden drauf. Das ist viel Zeit und ja, das sind schon mal zwei Videos, das sind drei Stunden, wie ich es bis jetzt immer hatte, dann noch die Fragen beantworten und, und, und. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man den Weg nicht geht, ja. Deswegen möchte ich euch da ein bisschen einführen, dass ihr da ein bisschen das versteht oder auch das Verständnis habt. Also, Mitgliedschaft, wer will, guckt unten nach. Unter meinen YouTube-Videos einfach draufklicken, ihr werdet dann geführt, wie das geht. Und ich gebe euch noch genaue Hinweise, wenn ihr das jetzt noch nicht findet mit der Mitgliedschaft, dann wird es in nächster Zeit sein. Ich werde euch darauf hinweisen, weil ich selber kann das nicht, das macht wiederum eine Freundin, die muss aber Zeit haben. Jetzt muss ich gucken, ob das dann schon soweit ist, wenn das Video jetzt online ist oder ob es eben noch nicht soweit ist. Ich kann es jetzt nicht sagen, es kann sein, kann nicht sein. Also, wenn ihr unter meinem YouTube-Video nichts liest mit Mitgliedschaft, dann kommt es bald. Ich werde euch dann auf jeden Fall die Infos geben. Dann möchte ich euch noch mitteilen, die Videos, was ich bis jetzt immer gemacht habe oder Karl. Ich werde die Kommentare in diesen Videos, die eben noch für alle ohne Mitglieder zugänglich sind, werde ich deaktivieren. Weil ich habe erstens die Zeit nicht, das zu beantworten. Und ich merke, mir geht es dann auch nicht gut damit. Ich möchte es so gern, aber ich habe die Energie, die Kraft nicht. Ich merke, vereinzelt schaffe ich es noch, aber ich merke, ich bin da auch ein bisschen ausgepowert. Und deswegen gucke ich, wie ich es für mich gerecht machen kann, aber auch für euch. Das heißt, die Kommentare werden da deaktiviert. Wenn ihr einfach Fragen habt, die in der Mitgliedschaft sind, die Kommentare werden nicht deaktiviert. Da könnt ihr die Kommentare reinschreiben. Da werde ich auch Videos machen. Da werde ich euch die Kommentare auch beantworten. Alles andere, auch die Videos, was ich bis jetzt gemacht habe, die noch weiterhin öffentlich sind, aber eben nicht mehr zweimal in der Woche, ohne Mitgliedschaft. Da sind manchmal auch Kommentare drunter. Da merkt man einfach, dass da kranke Seelen unterwegs sind. Kranke Seelen, die einfach so einen Schrott, auch beleidigend. Da merkt man einfach, die wollen diese Energie, die sie haben, einem rüberbringen. Und ich merke, ich habe mittlerweile kein Problem mehr damit. Ich lösche das oder ich ignoriere das. Ich verstehe, das sind kranke Seelen. Aber ich merke trotzdem, ich lese es ja. Und allein das ist ja schon Energie. Und in der heutigen Zeit, ihr wisst ja selber, die Energien sind so fein mittlerweile. Es wird immer feiner, es wird immer brutaler, gemeiner auch. Zum Teil. Und ich merke, ich möchte mich davor auch schützen. Ich habe da keine Lust mehr dazu. Das ist auch ein Grund, wieso ich die Kommentare deaktiviere. Ich möchte, ich mag das nicht mehr. Und auch da haben mir viele schon gesagt, Sabine, Michelle, da haben mich die Kunden draufgebracht. Deaktiviert doch die Kommentare. Ich werde von Kunden hingewiesen, die sagen, Sabine, Michelle, da hat wieder jemand so blöd geschrieben, auch auf eine Kundin. Eine Kundin hat mir eine Frage gestellt oder hat sich mitgeteilt. Und da werden so blöde Antworten auch für, die das Video angucken und die ehrlich sind, die liebevoll sind, die interessiert sind, auch so beleidigend abgefertigt, wo ich gemerkt habe, das möchte ich nicht. Ich möchte meinen Kanal mit guter Energie. Und deswegen, ich kann das ja nicht alles kontrollieren. Und das war auch ein Grund, wo ich immer mehr gemerkt habe, ich mache das nicht mehr. Ich kann nicht ständig die Kommentare durchlesen und schauen, ist da wieder ein blöder Kommentar oder ist da wieder was energetisch, was ungut ist. Ich habe die Zeit nicht. Ich habe sie einfach nicht mehr. Und deswegen habt bitte Verständnis, dass ich die Kommentare deaktiviere. Wie gesagt, in der Mitgliedschaft werden sie nicht deaktiviert. Da könnt ihr die Kommentare reinschreiben. Ja? So, das ist jetzt mal der neueste Stand. Wie gesagt, das sind jetzt Ideen. Das, was jetzt aktuell auf jeden Fall demnächst kommt oder vielleicht jetzt schon da ist, guckt unten jetzt gerade rein. Der Mitgliedschaft werden möchte für 9,90 Euro oder 9,99 Euro im Monat, kann gerne Mitglied werden. Einmal in der Woche gibt es einen festen Termin, den werde ich euch noch mitteilen. Für alle, die Mitglieder sind, wann ich öffentlich bin und eure Fragen beantworte. Zusätzlich kommt noch in dieser, einmal in der Woche, ein Video, wo ich speziell auf das Thema eingehe, wo ich spüre, das sind die meisten Fragen. Alles für Mitglieder. Ja, und dann mal schauen, wie es sich entwickelt. Der Karl ist auch dabei, der freut sich schon. Auch ihn könnt ihr Fragen stellen. Und je nachdem, wie sich alles entwickelt, mal schauen, wo die Reise noch hingeht. Ich merke einfach so, wie es bis jetzt ist, war der Weg bis dahin gut, aber es ändert sich ja. Die Reise, der Lebensweg, es kommt ja Neues dazu oder Altes wird verabschiedet. Das ist ja zum Glück das Schöne. Wenn du im Fluss bist, dann merkst du oder ich merke, es steht eine Veränderung an und es reift in letzter Zeit. Und deswegen wird sich da jetzt einiges ändern. Und ja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und ja, ich glaube, das war es jetzt mal. Wenn nicht, werde ich euch auf jeden Fall berichten. Okay? Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr gut mit den Energien umgeht im Moment. Es sind die Phasen gerade. Es kann, es ist so von jetzt auf gleich. Ihr könnt auf einmal einen Höhepunkt haben, dass es euch super gut geht. Dann zieht es euch wieder den Boden weg. Es ist die nächste Zeit sehr, sehr schwankend. Ein Hin und ein Her. Achtet da gut auf euch. Schaut, was euch gut tut. Geht bitte in die Natur. Die Natur, der Wald ist im Moment ganz, ganz wichtig. Geht in die Natur und tankt. Geht raus, geht raus, geht raus. Die Energien sind schwankend. Es gibt Phasen, es gibt Tage, da geht es euch super gut. Und dann kann es von jetzt auf gleich wieder kippen, dass es euch wieder schlecht geht, dass altes wieder hochkommt. Also es ist ein Hoch, ein Tief. Es will sich was einpendeln. Achtet gut auf euch. Wenn was ist, ja, ich bin für euch da. Schaut in meiner Webseite. Bucht die, wo meine Kunden sowieso sind. Ihr erreicht mich ja sowieso über WhatsApp. Ihr müsst ja nicht mehr groß buchen über die Webseite. Ihr gebt mir ja Kontakt über WhatsApp. Über WhatsApp und so weiter und so fort. Die SOS-Gespräche. Danke, dass ihr die gerade zur Zeit wieder eigentlich immer, also das finde ich erstaunlich, wie ihr die annehmt. Das wollte ich auch nochmal sagen. Ich bin da also sehr, sehr dankbar, dass euch das so eine große Unterstützung ist. Gerade wenn er sich meldet oder wenn ihr spürt, euch geht es auf einmal von jetzt auf gleich komisch und ihr könnt es nicht einsortieren. Diese 15 Minuten sind Gold wert und alle bestätigen es und sagen, Sabine Michelle, danke, jetzt bin ich wieder ganz gut aufgestellt. Jetzt geht es mir wieder gut. Ich kann es immer wieder nur empfehlen. Nehmt es an. Zum Glück nehmen es immer mehr an. Bevor ihr euch da rumquält, rumquält, rumquält. In 15 Minuten geht es euch wieder gut. Also bis jetzt war kein Kunde dabei, der nach 15 Minuten gesagt hat, oh mein Gott. Also im Endeffekt geht es mir immer noch so. Ihr geht gut raus. Und ich danke euch, dass ihr mir da vertraut, dass ihr es annehmt. Macht weiter so. Macht weiter so. Ja. Macht weiter so. Ich hoffe, das war es. Wenn nicht, ich bin ja nicht aus der Welt. Das waren jetzt die neuen Ankündigungen. Neuankündigungen. Und ja, habt euch lieb. Eure Sabine Michelle. Tschüss. Vielen Dank.